Ohne sie wären die Animes ziemlich öde. Außerdem könnte man ihre Geschichte gar nicht erzählen. Jeder von uns hat mindestens einen oder eine. Und um die beliebtesten, besten unter ihnen zu küren, gibt es diese Kategorie. Willkommen bei der Kategorie Bester Charakter der Anihabara Anime Awards 2017. Und das hier sind die Nominierten. Kino von Kino's Journey. Tanya von Degurojav von Saga of Tenya the Evil. Atsuko Kagari aus dem Anime The Little Witch Academia. Moriko Morioka aus dem Anime Recovery of an MMO Junkie. Chise Hattori aus dem Anime The Ancient Magus Bride. Dass die Wahl zum besten Charakter 2017 nicht einfach ist, das so hat man auch gemerkt, denn die Juroren von Anihabara haben sich nicht einigen können. Deshalb entscheidet das Community Voting und gewonnen hat Chise Hattori aus The Ancient Magus Bride. Bis zum nächsten Mal. Vielen fürs toda. Wenn ihr euch снβ hammerاثt. Vielen Dank.